Winter, Pulverschnee, Genuss, Hauser Kaibling, es ist angerichtet. Zeitgerecht mit der Eröffnung des Skiwinters begrüßt das neue Tomizil am Hauser Kaibling seine Gäste mit der unverwechselbaren Livemusik der Band Johanns Erden. Der Hauser Kaibling ist jener Skiberg, auf dem man, so scheint es, sein Leben verbringen könnte, zumindest im Winter. Ich war als kleiner Bursche hier oben mit der Mama und der Oma. Gut, damals habe ich noch schon klein getrunken, aber jetzt fahren wir aus dem Apreski da und es war so ein schöner Platz aus dem ganzen Kaibling. Es ist das Traumplatz, wo wir alle zusammen kommen können und einfach Spaß haben, Gaudi haben und wir tanzen und einfach einen schönen Abend miteinander verbringen. Wir kommen aus der Nähe von Frankfurt in Deutschland, waren jetzt hier zum Apreski bei den Johanns Erden. Super, wir sind begeistert. Intensiver Wintersport macht hungrig. Die Kulinarik am Berg glänzt mit regionalen Produkten und außergewöhnlicher Qualität und Liebe zum Detail, weil Kochen ein Lebensgefühl sein kann. Kochen, so eine schöne Aussicht, da ist natürlich auch frei zu arbeiten. Wir kochen natürlich die traditionellen Sachen, wie wir es früher auch gemacht haben und ein paar neue Sachen dazu. Frisch gemachte Mehlspeisen, Burger sind immer in, essen die Leute gern. Und man guckt halt das, was die Leute gern essen, ein bisschen ein Steckerl, ein bisschen ein Abwechseln, ein paar Tagesgerichte. Und dann sind alle Leute zufrieden, eine schöne Aussicht draußen auf der Terrasse. Und wir hier in der Küche natürlich genießen das auch. Ob Gäste oder Einheimische, den Eröffnungstest hat das neue Tomizil mit Bravour bestanden. Ich habe das erste Mal dort, habe mir gedacht, das schaue ich mir einmal an. Ich habe viel im Internet gesehen, auf Facebook habe ich viel gesehen. Ich habe gedacht, das würde mich interessieren und schaut gut aus. Wohl, wir wollen jetzt rein schauen einmal da. An's Nachhause gehen, dachte am Eröffnungstag oder mittlerweile Abend, wirklich niemand. Qualität, Kulinarik und ein Ausblick, den man nie vergisst, machen den Genuss am Berg rundherum spür- und erlebbar. Ja, das Besondere da am Tomizil ist natürlich, dass wir beim schönen Wetterbereich, also Richtung Süden, können wir das Ganze öffnen. Und es gibt einen wunderschönen Ausblick dann bis zum Hochkönig, Tachstau und ums halbe Dienstal. Kein Saisonstart ohne großes Finale. Mit einer fulminanten Feuerschufe zauberte das Tomizil-Team seine Gäste. Genuss am Berg. Ein Slogan, der ausdrückt, was im Tomizil und am Skiberghauser Kaibling erlebbar gemacht wird. Die besten Pisten genießen, bei Freunden einkehren und auf über 1800 Meter Seehöhe ein Stück Auszeit genießen. Ein Slogan. Untertitelung des ZDF, 2020